Musik Ja, guten Morgen aus meinem, ja, Pfeifenkeller oder aus meiner Werkstatt. Ja, ich brauche heute, glaube ich mal, eure Hilfe. Also es ist jetzt kein Video über das Pfeifen machen hier, das werde ich auch, glaube ich, nicht machen, sondern es geht einfach um so Sachen, beziehungsweise um eine Sache, die mir ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar ist halt folgendes, dass ich natürlich auf dem Kanal, wo ich jetzt auch das Video einstelle, natürlich bis jetzt eigentlich immer nur meine Pfeifen eingestellt habe und ihr dann natürlich auch die Pfeifen, die ich halt gemacht habe, da halt begutachten könnt. Jetzt war halt einfach die Idee und ich weiß nicht, also der Rally weiß das natürlich klar, also ich werde im Sommer eine große Radtour machen, das heißt, sie wird mich hier von Loma nach Kroatien bringen, hoffe ich mal, ich hoffe, dass das auch gut klappt. Und hat ja schon mal in einem Video ein Liegerad-Video gemacht, also oder beziehungsweise das Liegerad angesprochen. So, jetzt war aber halt folgendes, dass halt, dass ich gedacht habe, naja, mein Gott, passt das wirklich so zusammen? Es war eigentlich oder es ist eigentlich ein Kanal für Pfeifen oder für meine Pfeifen und passt das dann halt mit dem Liegerad halt noch zusammen, weil dann würden da auch natürlich irgendwann auch Touren auftauchen, die ich halt fahre. So, und das ist halt einfach die Frage, ob ich das machen soll oder nicht. Da bin ich mir noch total unsicher, weil da wird vielleicht einige oder einige Pfeifenfreunde von euch sagen, ey, mein Gott, jetzt macht der Bier nicht noch Pfeifen, gut, die müssen wir uns noch angucken und jetzt macht er auch noch eine Fahrradtour, die müssen wir uns auch noch angucken. Ja, das ist halt die Frage. Mittlerweile, gut, jetzt habe ich halt so eine Action-Cam hier halt auch noch gekauft. Damit machen wir ja gerade das Video. Und da muss ich eigentlich den Markus auch nochmal sagen, nochmal vielen Dank für den Tipp. Also ich bin da super mit zufrieden. Wirklich tolle Kamera. Ja, und jetzt ist es natürlich so, dass ich, oder dass wir als Familie natürlich auch noch mehr Interessen haben. Das heißt also, auf diesem Kanal könnten dann neben den Pfeifen und den Fahrradtouren natürlich auch noch sowas auftauchen. Also wir bauen zum Beispiel eine Modelleisenbahnanlage. So, und dann wäre es zum Beispiel mal interessant, vielleicht für einige von euch, wie man aus so etwas, wenn ihr das so sehen könnt, das soll ein, also das ist ein Drahtgestell als Baum, zum Beispiel so etwas herstellen könnt. Und dann auf eurer Bahnanlage, wenn ihr diese dann habt, zum Beispiel halt auch, wie heißt es, draufsetzen könnt. Das spart viel Geld, das macht super viel Spaß und ich finde, die sehen toller oder besser aus als die gekauften. Also sowas wäre zum Beispiel auch noch möglich. So, und da brauche ich jetzt eigentlich eure Hilfe. Ich hatte mir das so vorgestellt. Also, also entweder es wäre die Möglichkeit, ich lasse den Pfeifenkanal, also den Kanal, den ihr jetzt seht und auf den ihr mich ab- oder aufrufen könnt, sagen wir es mal so, so wie er ist, das heißt nur mit Pfeifen. Oder aber, wir machen folgendes, dass ich, also auf diesen Kanal natürlich nicht nur Pfeifen, sondern also auch die Fahrradtour vorstelle, wobei dann auch noch andere Touren natürlich dazukommen. Ich habe so einige Touren schon gedreht, habe sie aber noch nicht veröffentlicht, weil ich mir da halt, wie gesagt, noch sehr unsicher war. Machen die Fahrradtourne mit dabei noch und eventuell auch mal was zum Beispiel für eine Eisenbahnanlage. Ich meine, ich bin da nicht die allwissende Müllhalde, aber vielleicht habe ich ja noch den einen oder anderen Tipp, der euch vielleicht Spaß macht. Meine Vorstellung wäre so, für das Video, jetzt sagen wir mal den Daumen hoch, wenn ihr den klickt, dann würde ich sagen, bleibt es so, wie es jetzt ist, alles über einen Kanal. Das heißt, Pfeifen, Fahrradtour und eventuell H0 oder weiß Gott, was noch dazu kommt. Und wenn ihr das nicht möchtet, wenn ihr sagt, ey, nee, also wirklich die Pfeifen, lass das Bierchen, lass die Pfeifen auf dem Pfeifenkanal, wenn du noch andere Interessen hast, alles klar, mach das aber bitte auf einen anderen Kanal, dann macht dir bei dem Video jetzt hier den Daumen runter. Ja, so, also, ich glaube, das ist so eine ganz gute Sache. Ich würde das, wir haben heute, glaube ich, den achten, es ist, ja, Mittwoch, 8.03. Ich würde das bis Samstag laufen lassen und wer, also wo die meisten Daumen jetzt hoch oder runter sind, hoch oder runter, so rum, da würde ich mich halt für entscheiden. Vielleicht helft ihr mir da. Also nochmal, Daumen hoch bleibt, so wie es ist, das heißt, ein Kanal vom Bierchen mit Pfeifen, Fahrrad, eventuell noch andere Sachen. Oder Daumen runter, es bleibt ein Pfeifenkanal. Alle anderen Kanäle oder alle anderen Videos, was nicht mit Pfeifen zu tun hat, gehen dann in einen separaten Kanal. Da habe ich mir auch schon einen tollen Namen ausgedacht. Der wird dann heißen, das Traik und das Bierchen. Also den gibt es schon, der ist aber nicht gefüllt. Also, weil ich, das war so ein Schnellschuss, da ich gesagt habe, ich muss ja unbedingt was anderes machen. Habe es dann aber doch nicht gemacht. Und ja, es wäre klasse, wenn ihr mir da helfen würdet. Also das fände ich richtig super. Ansonsten, ja, wie gesagt, was gibt es sonst noch? Ja, natürlich die 12. Lohmarer Pfeifenmesse steht an. Findet statt am 6.05. Wieder ein Samstag von 10 bis 17 Uhr. Austragungsort ist wie immer die Villa Friedlinde plus der Park dabei. Da werde ich aber jetzt nicht noch mehr Werbung für machen. Das mache ich schon auf Facebook und ich mache das auch noch über meine Seite. Ich denke mal, das reicht. Und ehrlich gesagt, an die Qualität von Rallys Videos über die Pfeifenmesse komme ich gar nicht ran. Und der macht das so toll. Da bin ich immer ganz froh, dass er das macht. Habe ich da auch ganz viel zu verdanken. Auf dem Weg auch nochmal danke, Rally, dass du das immer so knallermachst. Da freue ich mich schon wieder auf das Video, was er da wieder vorbereitet. Und ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns spätestens da. Und ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, ob ihr mich vermisst, aber gut, wir werden sehen. Alles klar, bis dann. Tschüss.